Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Leid der Bevölkerung in Syrien, die unter den Fassbomben von Assad, dem Terror des IS und einer immer unerträglicheren wirtschaftlichen und sozialen Lage lebt, muss ein Ende haben. Lassen Sie mich in dem Zusammenhang sagen, den Eindruck zu erwecken, Herr Wadefuhl, die Linke wäre gegen die Vernichtung des syrischen Giftgases. Das ist blinde Demagogie. Wir haben immer unterstützt, dass das Giftgas auch in Deutschland vernichtet wird, wo wir dagegen waren, dass die Bundeswehr im Mittelmeer diese Vernichtung begleitet. Wir haben darauf hingewiesen, dass es die Bundesregierung bis 2011 war, die zugelassen haben, dass Giftgasbestandteile nach Syrien an das Regime Assad geliefert worden ist. Ihre Argumente sind pure Heuchelei. Die vorigen Redner haben über die diplomatische Lösungen der Syrien-Krise gesprochen. Keinerlei redet über die eigentlichen Ursachen dieses Krieges, die jahrzehntelange Intervention der USA, aber auch andere Großmächte in der Region. Und es fällt auch auf, dass die Groß- und Regionalmächte, die jetzt über diplomatische Lösungen reden, zum einen eigene Interessen in der Region haben und bereits direkter oder indirekter Teil des Krieges sind. Seit nur einem Jahr bombardiert eine US-geführte Kriegsallianz Ziele im Irak und in Syrien. Wir hören fast nichts über diese Angriffe, auch kaum etwas über den Drohnenkrieg, der geführt wird. Doch das Bombardement ist massiv. In einem Jahr haben die US-Streitkräfte und ihre Verbündete mehr Bomben abgeworfen als in den letzten fünf Jahren des Krieges in Afghanistan zusammen. Und diese Bomben treffen natürlich nicht nur Terroristen. Gleich in der ersten Woche der US-Angriffe auf syrisches Gebiet wurde ein Getreidespeicher in Manbij getroffen. Nach einem Angriff am 30. April 2015 auf das Dorf Bir-Mahli räumte das Pentagon offiziell ein, zwei Zivilisten getötet zu haben. Eine Menschenrechtsgruppe zählte 64 Opfer, darunter 31 Kinder. Darüber spricht keiner. Warum? Ich glaube, Sie müssten selbst zugeben, dass der sogenannte Antiterrorkrieg selbst Terror ist. Bomben bringen keinen Frieden. Und die Bundesregierung unterstützt diesen Antiterrorkrieg politisch, aber auch durch die Entsendung von Waffen und militärischen Ausbildern in den Irak. Und nun werden auch noch Stimmen in der Großen Koalition, laut wie die von Herrn Kiesewetter, der die Entsendung von Bundeswehr-Tornados zur Unterstützung des US-Luftkrieges fordert. Das, meine Damen und Herren, ist absolut der falsche Weg. Ein Blick nach Afghanistan zeigt, wohin ein solcher Krieg führt. Nach zehn Jahren NATO-Krieg ist dort die Sicherheitslage angespannter, die Taliban stärker als je, die soziale Misere ist dieselbe geblieben oder hat sich verschlimmert. Glauben Sie denn wirklich, dass das wiederholen, das ständige Wiederholen derselben Fehler, sich nun in Syrien und Irak irgendetwas verbessern würde? Nein, zur Wahrheit gehört, der sogenannte islamische Staat wäre ohne die US-Intervention im Irak ab 2003 gar nicht entstanden. Die USA und ihre Verbündeten haben im Irak Menschen verschleppt und gefoltert. Sie haben ein politisches System etabliert, das Schiiten gegen Sunniten ausspielt, bis heute. In diesem Klima konnte der IS entstehen, der einen barbarischen Krieg gegen Andersdenken und Andersgläubige führt. Und wer diesen Terror stoppen will, muss das Klima des Hasses zwischen Bevölkerungsgruppen und Religionsgemeinschaften beseitigen. Aber der sogenannte Anti-Terror-Krieg selbst schütt dieses Klima. Deshalb scheitert er auch. Alle Erfahrungen zeigen, dass militärische Einmischen äußerer Mächte in die Bürgerkriege in Syrien und Irak haben den Krieg nur noch schlimmer gemacht. Ob Iran, Türkei, Saudi-Arabien, ob die USA oder Russland, sie alle heizen mit immer mehr Waffen, mit Ausbildern, mit eigenen Soldaten oder Söldnern diesen Krieg an. Und das muss ein Ende haben. Und die Bundesregierung mischt auch mit. Und ich sage Ihnen, sie will im Kielwasser der USA Schritt für Schritt zu einer Macht werden, die nun auch im Kriegsgebiet Mittlerer Osten an Gewicht gewinnt und auch militärisch mithalten kann. Die Linke sagt, ziehen Sie die Bundeswehr aus der Krisenregion ab und hören Sie endlich auf mit den Waffenlieferungen an die Türkei, an Saudi-Arabien und an den Irak. Denn diese Staaten heizen den Krieg mit an. Meine Damen und Herren, es ist schlimm genug, dass erst die Fluchtbewegung nach Europa den Blick auf die Lebensbedingungen von Millionen Menschen im Nahen und Mittleren Osten geführt hat. Beenden Sie endlich die Ignoranz gegenüber der Situation der Menschen in den Flüchtlingslagern im Irak, der Türkei, Jordanien und dem Libanon. Wenn Sie nicht endlich verstehen, dass diese Menschen eine zivile Perspektive brauchen, überlassen Sie den den Rekrutierern der Armeen und Milizen vor Ort. Und das kann doch wirklich nicht Ihr Ziel sein.